Ja, Humor und Wissenschaft, doch das geht, doch. Das, was man lebt, darüber darf man sich auch ruhig mal lustig machen. Und deswegen gibt es hier 77 unerhört wissenschaftliche Erklärungen zu mehr oder weniger verständlichen Sachverhalten. Also von der Entropie bis zum Gurgensalat in der Schwerelosigkeit. Das Buch heißt Der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Ja, Der Außerirdische würde nämlich dieses Buch erwerben, weil er in diesem Buch erführe, wenn er was erführe, über die Spezies, die auf diesem Planeten Wissenschaft beträumt. Der Außerirdische würde eben genauso wie wir feststellen, Mensch, diese Irdischen sind ja auch nur Menschen. Er würde nämlich feststellen, dass die Naturgesetze, die er von seinem Planeten kennt, auf unserem Planeten auch gelten. Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn Sie sich zum Beispiel so eine fantastische Frage stellen, die Sie sich sicherlich schon mal gestellt haben, könnte denn auf einem Planeten, der komplett von Wasser umgeben ist, könnte dort eine Zivilisation entstehen, die zum Beispiel dereinst einmal Raumfahrt betreiben wird, würden Sie sofort mit dieser Methode, die Naturgesetze gelten überall im Universum, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch, feststellen, Ja, sag mal hier mal, für Raumfahrt brauchst du doch Raketen. Und für Raketen brauchst du Triebwerke. Für Triebwerke brauchst du Hochspannungstechnik. Hochspannungstechnik? Unter Wasser? Nachgucken, 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 Naturgesetze? Oh, Hochspannungsexperimente unter Wasser macht man genau nur einmal. Und dann nie wieder. Also von diesem Planeten werden wir keine Besucher kriegen. Man müsste überhaupt aufpassen. Wenn man mal auf Besucher träfe, die von anderen Planeten kommen, seien Sie bloß vorsichtig. Das sind nämlich auch nur Menschen. Sie wissen ja, das ist ja der große Unterschied zwischen Entdeckern und Entdeckten. Meistens sind diejenigen, die entdeckt worden sind, die Verlierer. Die Entdecker haben meistens gewonnen. Also falls Sie mal einen Außerirdischen treffen, denken Sie immer dran, das ist auch nur ein Mensch. Ich meine, denken Sie doch mal drüber nach. Die meisten fliegenden Untertassen, die bis heute beobachtet worden sind, sind flache Scheiben, die sich wahnsinnig schnell drehen. Die Leute sind also möglicherweise schon seit Jahren in so einem rasenden, rotierenden Karussell. Und welche Farbe haben die Männchen meistens? Genau. Denen geht es nicht gut. Aber Ihnen geht es gut. Kaufen Sie das Buch. Es ist lustig. Kaufen Sie das Buch. Vielen Dank.